Hallo und da sind wir zurück bei Donkey Kong 64. Ja, wir haben hier die ganze Nacht gepennt in der Ecke. Ja, ohne Decke. Ist halt nicht toll. So, äh, wir wollten ja zurück zum Igelo. Keine Angst, nicht zu Käpt'n Igelo. Viel Schäbchen brauche ich noch nicht. Ja, das, das, das war mir klar. Ähm, wir haben uns ja gestern die dritte Melone geholt. Und unsere Waffen sind irgendwie, also unsere Musikinstrumente, sind irgendwie noch einen Ticken stärker geworden. Aber was ich mir jetzt so eben hier holen will, möchte, ist die Blaupause. Und da will ich mal gucken, ob wir die zwei schon haben. Und da ist noch ein Ballon. Den will ich auch nicht verpennen. Da fällt es jetzt endlich tot oben. Oh, wo ist der Ballon? Da ist der Ballon. Ja, haha, diesmal im ersten Versuch ich es geschafft. So. Was ist denn da schon wieder? Ein Bonus-Fast für Ding, 100% für Diddy Kong. Aber das soll mir jetzt gerade relativ schluppe sein. Wollte zwar was anderes ausprobieren, aber es ist ja ein Let's Play, da darf das passieren. So, aber hier gehen wir ja später nochmal hin. Das mache ich jetzt noch nicht, sonst verliere ich, äh, was die Welt angeht, komplett die Übersicht. Und das muss nicht sein. So, die zwei habe ich schon. Hüüü. Wo landen wir denn hier? Ah. Okay, gut. So, da will ich hin. Hui. Habe ich hier Tiny-Kram schon gemacht? Nein. Also, soweit ich mich erinnern kann, bin ich bei Tiny gestern im Ego getötet worden. Alter. So. Tü-tü-tü-tü. Hallo. Wop. Ich komme jetzt gerade überhaupt nicht auf meine Gummibärchenwelt, klar. So. Hier geht es noch mit Chunky. Da muss ich mit Chunky aufhauen. Das will ich aber auch noch nicht machen. Dann weiß ich, dass wir das hier noch machen müssen. Ja, kannst du mal sehen, ob Tabuka noch alles weiß. Aber wir müssen hier lang. Hui. Genau. So. Donkey Kong. Das andere davor war Didi Kong. Das müsste Lenky sein. Das ist Chunky. Also gibt es hier wirklich für jeden eine Banane. Chunky haben wir ja... ...durch. Ich glaube, wir haben gestern Didi... Also für mich war es gestern... ...Äh, Didi... ...Donkey... ...und Chunky gemacht, wenn ich mich nicht irre. Glaub schon. Hier sind auch noch Bananen. Ganz toll. Okay. So. Jetzt bewegt sich das Ding. Autsch. Aua. Aua. Ah, wir haben es geschafft. So, da liegt die Banane. Hier liegen aber auch noch 15 normale Bananen. Die will ich natürlich alle haben. Geh weg, geh weg, geh weg. Hau ab mit dem Ding. So, damit hat Tiny auch ihre zweite... ...plus Blaupause. Also hat sie eigentlich schon drei. Genauso wie Chunky. Das Ding ist offen. Und ne Fee. Und ne Fee. Oh, toll. Und ich hab's hier so... Warte mal. Ich mach dich einfach kaputt. Dann hab ich meine Ruhe. Warum bin ich eigentlich vorher auf die Idee gekommen? So, das haben wir auch. Die Fee haben wir auch. Lass mich nur noch die Bananen hier haben. Die haben wir auch. So, jetzt können wir gehen. Yay. Alter Schwede war das. Boah. Ui, 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 ui. So, Tauschfass, Tauschfass, Tauschfass. Wo haben wir das dämliche Tauschfass? Wir müssen doch zu Lenky. Da. Ui. Wir suchen mal nämlich auch seine erste. Dann hat nämlich jeder schon mal mindestens eine. Aber diesmal ist eigentlich er, der am weitesten zurückliegt. So, Didikong. Denikong. Junkigong. Und jetzt kommt Lenkygong. So, bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Außer ne goldene Banane. Make open the door, please. Äh, thanks. So. Didi, didi, didi. Was haben wir denn hier? Ich will jetzt erstmal einmal rum... Ey. Was soll das denn? Aua, was soll das denn? Wollt ihr mich jetzt ganz verkack eiern? Was wollt ihr hier? Muss ich alle platt machen, oder was? Erstmal nehme ich die Banane hier. Ist noch so einer? Von den Öttes hier? Wie jetzt? Das war's? Ach so. Das hätte man mir auch mal vorher sagen können. Das ist das Schöne am Blindspielen. Jetzt bloß nicht auf die Fresse fallen. Kommt immer einer sagen, wo ich da jetzt gehangen hab? Auf jeden Fall war da auch noch ein Ballon, den habt ihr auch gesehen, ne? Dann gucken wir, ob wir die zuerst kriegen können. Den möchte ich jetzt... Och, scheiße. Geht doch. Hoppala. So, wo ist er? Da ist er, da ist er, da ist er. Heute sind wir wieder echt gut dabei. Ja, fall runter. Aber egal, auch er hat seine erste goldene Banane. Können wir hier raus? Ausgang. Ausgang? Hallo? Ausgang? Danke. Oh, ich dachte schon, wir müssten hier eh nicht drinnen bleiben. Mucke. Reiß dich am Riemen. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Weil das Igloo ist fertig. Die anderen beiden Sachen können wir, glaube ich, hier noch nicht machen. Dann würde ich sagen... Gehen wir erstmal wieder zu Junkie. Ja, weil hier braucht man... Das kriegt man, glaube ich, so nicht ab. Ich habe nämlich einen Schalter gesehen für Tiny und das ist ja ihre letzte Fähigkeit oder glaube, glaube ich zumindest. Wer weiß, was da noch an Fähigkeiten kommt. Hier ist es schließlich Donkey Kong. Sondern das hier ist Junkie. Aber wie man das machen will, weiß ich auch noch nicht. Also ich sehe eine Plattform. Aua. Aber darum kümmern wir uns später. Jetzt gehe ich erstmal... Weg. Genau da will ich hin. Genau da will ich hin. Also die Welt nicht mehr tausendmal besser als der Wunderwald. Im Wunderwald hätte ich nur noch kotzen können. Aber wer mich nervt, sind diese Viecher hier. So, das wollen wir nicht. Das hatten wir schon. Das hier wollen wir. Wir wollen hier gucken gehen. Boom. Okay, wir gucken erstmal mit Junkie. Hier ist auf jeden Fall ein Tauschfass. Okay, wir gehen erstmal zu Donkey Kong. Er muss alles einsammeln. Was wir hier haben. Ne? So, eine Banane. Guckt euch das an. Der hat jetzt schon 70 Bananas. Er ist eine goldene, aber schon 70 normale Bananas. Und da hat er jetzt gleich 80. Aber erstmal braucht er ein bisschen Geld. Der ist ja schon ziemlich pleite. Ja, guckt euch das an. Ziemlich pleite, der Mann. Ich habe eine Idee, wie wir das hier platt kriegen. Komm her. Habt ihr das gesehen? Nice Shot war das. Alter Falter. Yeah. Und jetzt auch wieder ab zu Junkie. Nein, Junkie. Ich sage gerne Junkie. So. Wir machen dich jetzt riesig. Hä, 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 hä. Puh. Hä. Ne, so nicht. Dann habe ich eine Idee. Warum gehst du nicht? Hm. Aber über Bananen eingesammelt, weißt du? Naja. Okay. Dann. Dann machen wir was anders. Lassen wir dies jetzt erstmal noch aus. Hauptsache, dass wir Donkey Kong nicht schon eingesammelt. Ich werde jetzt. In dem Part jetzt noch. Das hier nochmal probieren. Das macht so viel Spaß. So, das hier müssen wir ja noch. Mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Also beim letzten Mal weiß ich doch, da hatte ich dann auch keine Lust mehr. Da haben wir total buggy. Äh, irgendwie. Da, seht ihr? Ich habe da irgendwie so ein ganz, ganz komisches Gefühl, dass das voll buggy ist. Oder ich einfach nur einen Schaden habe. Ihr seht, ich treffe ihn, aber es bringt nichts. Ich weiß nicht, ob das buggy ist. Willkommen zu Bonnestate. Sobald der irgendwie mir zu nah kommt, ist es vorbei. Der versaut mir, also wenn das ein Bug ist, dann fehlt mir eine Banane. Also ewig probiere ich es jetzt natürlich nicht so wie letztes Mal. Wir halten uns das dann auf. Wir wissen ja schließlich doch ganz genau, wo es eine goldene Banane zu finden gibt. So. Keine Ahnung, aber irgendwas mache ich hier falsch. Eigentlich ist es ganz einfach. Nur die Kremlings treffen. Willkommen zu Bonnestate. Oder das ist so schwer, dass man eher sagen sollte, ach komm, treff die ersten drei. Da seht ihr, ich treffe ihn. Oder es schießt sich daneben. Willkommen zu Bonnestate. Da, ich treffe ihn, aber es passiert nichts. Ja, wie soll ich das machen? Willkommen zu Bonnestate. Ich treffe ihn. Ich verstehe das nicht, Leute. Ich verstehe das echt nicht. Willkommen zu Bonnestate. Ne, also ich kapier's nicht. Tut mir leid. Willkommen zu Bonnestate. Da, auf einmal geht's da durch und durch. Das kann mir doch kein Mensch erzählen. Willkommen zu Bonnestate. Das ist echt beschissen. Was soll ich da machen? Das ist doch bescheuert. Das ist totaler Beschiss, ist das. Das ist doch bescheuert. Hey, das ist beschiss. Bis zum nächsten Mal.